Wenn wir den Buch Genesis weiter lauschen, zumindest den Abschnitten, die uns die Liturgie zeigt, von denen sie will, dass sie gelesen werden, dann sehen wir, dass es hier bis in die biologischen Eingriffe, die wir heute so nicht mehr haben, eine Form von Gleichberechtigung gibt. Wir haben auch im Buch Genesis schon gelesen von den Beschwerden der Frau als Folge der Sünde Ewas, so liest es das Buch Genesis. Aber heute lesen wir, dass auch die Männer nicht ganz ungeschoren davonkommen im Akt der Beschneidung, einer geradezu physischen Hinordnung auf Gott. Wir wissen natürlich als gute Christen, die wir sind, wie Paulus sich gegen diese Biologie der Religion wendet und sagt, das ist eigentlich nicht mehr notwendig, dieses alte Bundeszeichen am Leib zu tragen. Aber wir wissen auch, dass es in der Zeit des Paulus zunächst noch zu großen, großen Missverständnissen und Kämpfen führt, weil man sich doch endlich dazu durchgerungen hat und bekannt hat. Das ist doch geradezu unser Kennzeichen der Zugehörigkeit zu dem einen und einzigen Gott. Unser Text aus dem Buch Genesis erschöpft sich aber nicht in diesem äußerlichen Zeichen. Paulus wird später sagen, ihr sollt nicht am Fleisch beschnitten sein, sondern am Herzen müsst ihr beschnitten sein. Und so sind es immer diese unterschiedlichen, zunächst, wenn man es auch mehrfach hört, diese etwas verwirrenden Erscheinungen und Gespräche zwischen Gott und Abraham in den unterschiedlichen Gestalten auch. Und wenn wir diese Geschichte auf die ganze Heilsgeschichte des Alten Testamentes ausweiten, wird es noch verwirrender, wie Gott spricht zu seinen Auserwählten, zu einem Abraham, zu einem David, dann mittels der Propheten. Bis er schließlich all das, was hier gesagt wird in den Bundesschlüsseln mit Abraham, in den Verheißungen, die Gott hier tut und zu denen er bis heute steht, bis er all das bündelt in sich selber, in seiner Menschwerdung, in Jesus Christus. Und hier verstehen wir dann, dass die äußeren Zeichen aufgehoben sind, die Israel helfen sollten zu einem Unterschied, dass sie aufgehoben, aber nicht einfach ausradiert sind. Gott radiert nichts aus von der Heilsgeschichte. Kein Akt, keine Stunde ist vergangen von der Heilsgeschichte, sondern gesammelt, fruchtbar geworden in Jesus Christus. Die Fruchtbarkeit, sie gilt bis heute. Eine geistliche Fruchtbarkeit. Wenn wir uns denn immer unter dem Himmel Gottes wissen, unter dem offenen Himmel, wie einst denn dieser in die Jahre gekommene Abraham. Warum sollten wir unsere Situation auch hierzulande, da wir heute wieder eine, nicht wieder, aber wirklich eine mächtige, bittere Niederlage in unserem Land erleben müssten? Eine der bittersten vielleicht der Nachkriegsgeschichte. Warum uns nicht mit Abraham unter den offenen Himmel der Verheißung stellen? Diese Verheißung ist nicht aufgehoben. Wir stehen heute da, ziemlich blöd, aus der Wäsche guckend, vielleicht nur mit halbem Herzen, zumindest wenn man das für die Gesamtheit der kirchlichen Öffentlichkeit sieht, nur mit halbem Herzen oder nur mit einem weinenden Auge. Ich wollte nicht wissen, wie viele in der Kirche hinter vorgehaltener Hand genau den Beschluss des Bundestages heute bejahen, zur Ehe für alle. Wir sehen das ja an Parteien, die das große C noch wie eine Monstranz vor sich her tragen. Und wenn Sie sich die Abstimmungsgrafik anschauen im Deutschen Bundestag, dann sehen Sie, dass auch da die Reihen ziemlich licht sind. Was soll dieses C eigentlich in diesem Namen noch? Man fragt es sich. Aber viele fragen sich eben dann auch, wohin denn dann? Da ist auch keine Alternative, auch wenn Sie sich so nennen, in Sicht. Unsere Sache ist es hier nicht, Politik oder Parteipolitik zu machen. Aber unsere Sache ist, in der Verheißung des Abraham zu denken, zu leben. Doch wenn wir manchmal so alt aussehen wie der 99-jährige Abraham mit seiner 90-jährigen Sarai, Gott schafft Fruchtbarkeit, nur er, solange wir treu unter seiner Verheißung bleiben. Und, wenn wir Sie das Anteil haben, wollen Sie diese Verhills aufsehen. saja und auch nicht in seinercream- oder horizontally. Aber das ist dann in der Verheißung steht, wenn Sie sich nu in der Berührung erlaubt in der Bankenas von aller Galen перев hersetzigen.